Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Kraytiverse, bei der Donnerstagsfolge wieder mit dabei, das Bärchen. Hi! Nee, okay, dann nicht und die Wiss. Achso, hi! Tut mir leid, genau, dem Moment kam Wasser auf mich zu. Ja, bei mir war auch das Wasser gerade. Baust du so nichts an, zieh zu, überdies kommt Wasser. Es ist entweder fertig oder tot. Hier. Die Jungs kämpfen gerade gegen Wasser. Ja, gegen Windmühlen, ehrlich gesagt, ist das irgendwie hier mit dem Wasser. Gefühlt gegen Windmühlen. Ja. Ja, ist so. Aber das Trocken ist tot. Ohhhh. Sagen wir es mal so, es hat aufgehört. Es ist den kleinen und den großen tot gestorben. Ja, schön. Ja. Oh, kaum zu glauben, aber da ist Wasser. Ich glaub's ja nicht. Kann ich, was, nicht Lava rotaten? Äh, was ist von... Nein, geht nicht. Das ist genauso wie mit Wasser rotaten, ne? Ja! Ich bin gerade aus Versehen auf R gekommen, deswegen hab ich jetzt versuchen. Achso. Es ist rotaten. Da war ich geplant. Da war ich geplant. Da! Da war es langweilig. Was sagst du dazu, Winston? Du bist nicht sehr gesprächig. Ach nee, ist das schön, hier, das zu machen. Das ist Winston, Winston und Winifred. Sie ist schon zu lang alleine da oben. Ja. So viel Lava gerochen. Ja. Ich hab keine Lust mehr. Ich komm so euch. Lasst euch jetzt alleine, Winifred. Winston. Das ist aber nicht nett. Ach. Die haben sich drei. Die haben sich drei? Die haben sich alle drei. Ja. Die haben sich gegenseitig. Oh, mal ein bisschen Sulfur ab. Warte, wir so ein bisschen... Brauchten wir auch für irgendwas, oder? Immer mal wieder, ja. 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 Dude. Ach hier, das Wasser muss ja auch noch weg. Äh. Oh Gott, die ist noch in der Höhle. Oh. Es sind mehrere, glaub ich, da. Ach, das war... Scheiße. Gott. Ich seh grade, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, was ich hier versuche. Weil die Reihe muss nämlich auch noch weg. Naja, egal. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Oh, klappt ja doch ganz gut. Die muss ich hier. Ne. Ne, das ist ja... Oh, bitte nicht. Oh mein Gott, er hat mich verlaufen. Hä? Ich hatte mich grad ein bisschen verlaufen. Ach so. Du kannst dich da einfach raus teleporten. Oder wär das zu einfach? Ne, da kann ich ja stehen bleiben. Ist ja egal. Wär zu einfach. Obwohl, nee. Stimmt. Wär zu einfach. Ping. Ping. So. So. So war's. Weiter geht's hier. Habe ich jetzt irgendwie alles dicht? Gibt's aber gut aus. Fürs Erste. Fürs Erste. Fürs Erste. Ja. Gleich wenn's hier weiter geht, ist's wahrscheinlich nur lustiger. Ich will gar nicht wissen. Ich auch nicht. Noch viel Wasser. Höchstwahrscheinlich. Oh ja, ich seh's schon auf die Zukunft. Diese verdammte Außenbank hier. Mhm. Wir haben sehr schlampig gearbeitet, muss ich ja mal sagen. Naja, wir haben so gearbeitet, dass wir noch nicht wussten, dass wir das hier machen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist es halt. Aber man hält die ja vorsorglich, weil wir uns ja kennen und wissen, wir kommen auf grandiose Ideen. Hätten wir... Nächstes Mal sind wir schlau. Ähm. Ja. Das Chicken läuft in diesem einen Block breiten Spalt lang mit dem Kopf in dem Corrupted Stonewall. Ja, keine Ahnung. Rausgerannt. Blödes Viech. Egal. So muss das ausgebaut werden? Ja. Mhm. Ja. Wir können ja gleich die Bahn weiterbauen. Die Bahn ist einfacher. Oh, wie mache ich Taschenlampe an? Wie mache ich die Taschenlampe an? Hm. Alt F4. Nein. Mit L. Ja, sorry. Bitte. Oh, ich bin ja auch schon weit gekommen. Nein. Hast du, mach schon weiter? Okay. Ich hätte jetzt hier weitergeboten. Nein, nein, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach weiter. Ich hab keine Lust. Nee, dann mach weiter. Dann kann ich hier schon mal weiter ausbauen oder zumindest diese Haar und Lava reinschubsen. Ach ja. Ja. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, ne? Wir sind gleich fertig mit dem ganzen, was heißt gleich, in Folge 398 sind wir dann fertig damit. Und dann stellen wir fest, scheiße, Lava wird trotzdem zu Hagen Lava. Das wär die Arschkarte. Oder sie haben einen Patch rausgebracht, genau in der, so kurz bevor wir fertig sind, kommt ein neuer Patch. Lava fließt jetzt auch in einem Block weiter. Wir so, Tal. Ja. Oh, Tal. Ja, ist schon kacke, dass die Lava irgendwie nicht, äh, dass sie kalt wird, so schnell, vor allen Dingen. Besonders, warum wird sie da nicht, wenn sie fliegt, wenn sie da oben fließt, kalt? Ja, weil da ist ja ringsrum von diesen Haaren Lava und so weiter umgeben. Nein, in dem, in der Mittelpunkt, im Mittelpunkt. Da wird's ja kalt. Da fließt sie ja noch. Aber nicht, wenn sie rum fließt. Weil sie vier Blöcke breit ist. Hm. Und hier müssen, also es müssen mindestens zwei Blöcke nebeneinander sein, damit die flüssig bleibt. Ja. Deswegen dieser ganze Aufwand. Weil sonst hätten wir nur ein, sonst hätten wir nämlich nur zwei Reihen gemacht oder eine Reihe tiefer und links, rechts neben Haaren Lava fällig. Aber das geht ja nicht. Weil das ist doof. Ja, was echt doof ist. Ein Aufwand für ein bisschen Licht. Noch niemals viel Licht. Nee, sag ja. Ein bisschen Licht. Aber cooler Effekt. Ja, das auf jeden Fall. Sieht geil aus. Macht man nicht alles für die coolen Effekte. Ja. Nur für euch machen wir das. Jupp. Ja. Ich würde ja einfach nur einen roten Beaten hier einsetzen, den dann rotieren. Dann ist er fertig. Stimmt. Mhhh. Geh weg, du blödes Schwein. Ach, nee, schön ist das hier. Schön ist in der Unterwelt zu sein. Ja. Ach ja. So ist das. So ist das. Was macht man nicht alles für die Zuschauer? Ja, alles für die Community. Alle für euch. Alles für Fame. Alles für Fame. Alles für Fame. Was sagt denn dieser Fame? Kenne ich auch nicht. Hat sich mir noch nie vorgestellt, dieser Fame. Aber trotzdem machen wir jetzt alles für ihn. Ja. Der denkt sich, hm, okay. Ja eben. Wollt's selber machen, aber ne gut. Na, wenn die das schon für mich machen, dann brauch ich das ja nicht, ne? Na, Ding? Ach ne, du bist gar kein Ding, du bist nur ein Hühnchen. Ein Hühnchen-Ding. Ein Hühnchen-Ding. Ein Hühnchen-Ding. Häh! 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 gebaut und nicht oben in Lava. Hätten wir den ganzen Schaden sparen können. Boah, da hat er eigentlich schon recht, ne? Ja. Willst du das jetzt wirklich nochmal oben alles bauen? Klar, copy-paste. Genau. Mach doch mal. Das ist doch voll easy. Der Senner von zwei Folgen ist alles fertig. Das kleine Schloss, ey. Ja eben. Das, was noch nicht angefangen wurde zu bauen. Ne. Was? Kommt ja noch. Die Feinheiten machen wir als erstes halt, ne? Ja. Wasser! Wasser! Da. Aber das Pixi. So. Jetzt bist du ja auch noch verbrannt. Ja, ja, ja. Wenn schon dann richtig, ne? Sicher lohnen. Ja eben. Yay. Dann kam da, glaube ich, noch ne Schicht. Ja, aber klar. Noch ne Schicht? Hm. Wo braucht das jetzt? Vielleicht ist die Sinn für die Schmitteldinge auch direkt aus dem Lava zu machen? Da kommt ja was anderes drauf. Aber hier machen wir noch Haar und Lava rein. Dann ist es von oben nämlich auch so ein bisschen gewärmt, hoffe ich. Wie weit hast du eigentlich schon ausgebaut, Kia? Oh, gar nicht. Ich kämpfe gegen Wasser. Geh weg! Geh weg! Das hört nicht auf. Geh weg! Nein, das hört nicht das Wasser. Geh weg! 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 Na? Geh weg! 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 Das ist ja Wasser. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lumit? Nicht nur du. Was ist denn für ein Problem? Die Außenwand hier. Ich muss ja noch einen rausbauen. Ja. Ach ja. Nein. Geh weg. Geh weg. Ja. Geh weg. Weg. Ich glaube wir sind aber auch gerade hier am See. Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ach nein. Nein. Zu. 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 Aus. Oh Gott. Du auch! Nein, 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 nein. Boah. Gibt's doch nicht. Oh, 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 oh. Nur so viel Wasser, ne? Das geht gar nicht. Hast du Angst, jeden Stein abzunehmen? Ja, weil du einfach nicht weißt, hinter dem nächsten Stein kommt wieder Wasser. Ja, sag ich doch. Böse ist das? Ja, es ist wirklich. Ja, es ist wirklich böse, ja. Weil wir hätten es ja auch abtragen können und dann einfach mal Mineralwasser machen können, ne? Wir hätten auch einfach nur irgendwie Healing Beacons reinsetzen können. Aber warum? Das wäre doch langweilig geworden. Toll, meine Miethandschuhe ist auch bald durch. Ja, meine ist auch halb Blulle. Oh, meine auch. Das ist der letzte. Ja, ich habe auch nur noch den. Das heißt, wir müssen Kaktuslauer sammeln. Ja, wir müssen kacken. Lass auf. Ab und zu machen. Was? Was? Dödes Wasser. Kein Respekt. Ne, dieses Wasser hat wirklich keinen Respekt. Nein, mein Lumithanschuh ist durch. Scheiße. Die Kaktusflowers sammeln. Ich hätte fünf im Inventar. Wir brauchen aber mehr. Mehr. Wir brauchen mehr. Mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Naja, also ich brauche jetzt nur noch eine. Dann könnte ich drei Lumie-Zellen machen. Na dann. Ich mach. Dann bin ich noch welche im Haus. Keine Ahnung. Ja. Ich auch nicht. Wahrscheinlich. Schauen wir doch mal. Schön, dass die Welt hier einfach mal nicht generiert. Hm. Egal. Waaaah. So, Außenwand ist fertig. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie das an den Ecken laufen muss. Hm. Jetzt hab ich gar nicht mehr. Also ich könnte... Also wir hätten noch 13 Stück hätten wir. Keeper. Das heißt, das ist 2. Ich könnte ja mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie für jeden 2 zusammen bekomme. Ja. Corruption Resistance Portion. Wollen wir auch. Ja, das wird schon schwierig sein. Ich hab auch noch 4. Ich hab grad keine mehr. Ich hab eine, die jetzt gerade aber am benutzen ist. Also auch keine mehr auf Vorrat. Ohhhh. Ohhhh. Das wird eng. Da brauchst du auch Kaktusflower für. Mhm. Mhm. Okay. Dann müssen wir wohl Kaktusflowers suchen gehen. Pummelumeluf. 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 Ja, ja. Wir haben's vernommen. Keeper. Turnt hinter mir rum. Und nach dem Motto, ich will Aufmerksamkeit, ich will Aufmerksamkeit, dann drehe ich mich und das Viech rennt weg. Hier ist aber Diamantenzelle, ne? Ja. Dann kannst du nichts abbauen. Keine Corruption. Das Corrupted Water wird dann schwierig. Und wir haben ja noch 2 Obsidian Handschuhe. Yay. Ich will das Water ja nicht abbauen. Ach, so ne Scheiß. Wir haben keine Slap. Doch, wir haben noch Slaps, ne? Diamantslaps. Damit kann ich dich totschlagen. Gut. Zwei Stück. Aber man kann dich damit totschlagen. Ja, ja. Das ist wohl wahr. Eine links eine rechts und schon bist du tot. Hier sind noch 3 Kaktusflower, ne? Okay. Die nehme ich mal mit. Ja, ich komme jetzt eh nur eben nach unten, weil ich hier die Diamantslaps brauche. Da sind noch, wir müssen eigentlich noch ein paar mehr haben oder nicht? Also ich bin ja ganz unten noch hier im, äh, in Corruption. Genau. Ja, da müssen noch ganz viele, ähm, Diamantslaps sein. Ich rede über die Kaktusflower. Achso. Wir brauchen ja auch noch welche. Kaktusflower brauche ich jetzt erstmal. Also ich mache jetzt nur die Numizellen. Ja, ja. Und die Getränke muss jemand anders kümmern. Das mache ich jetzt gerade. So, wir brauchen dann, hm, 2, 4, 6, 12. So. So. Mimit-Mining-Zelts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum ist hier Erde? Weil wir da irgendwo mal ein Healing-Bieten gebaut hatten. Ich denke, normale Erde ist ja geil. Ja, das ist super, dass genau die Welt hier gerade nicht generiert, ne? Wo die blöden Kisten eigentlich stehen. Die denn nicht mehr? Was ist denn das für ein Witz? Egal. Gut. Die Folge ist eh vorbei, ne? Jo. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch, da abonnieren, kommentieren. Nicht vergessen. Teilt das Video mit der Welt. Und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Und, äh, herzlich willkommen. Quebec. Hotfoot. Das ist ja lustig. Jetzt bohren die auch Hot Futs rum. Ich hab auch schon ein Warmwurm-Dings kommt. Warmworm, warm, warm... Warmworm... Ein warmest Wurm. Sagt Tschüss sie Israelieben. Tschüss ihr Lieben! Tschüss ihr Lieben! Tschüss! Tschüss! Tüüss!! Tschüss! Vielen Dank.